Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute lernen wir in Mathematik eine neue Grundrechenart kennen. Was ist es eine Grundrechenart? Noch zwei Grundrechenarten kennst du seit der ersten Klasse. Das sind zum einen Plusaufgaben, wie die hier. 23 plus 52 ist 75 oder Minusaufgaben. 65 minus 41 ist 24. Und heute lernst du eben eine neue Art zu rechnen. Nicht Plus, nicht Minus, sondern Punkt. 4.2 ist gleich 8. Und das heißt natürlich nicht Punkt, sondern Mal. Du lernst heute also das Malnehmen. 4 mal 2 ist gleich 8. Das ist unsere neue Grundrechenart, das Malnehmen. Und ich habe uns dafür ein paar Aufgaben vorbereitet. Zum Beispiel hier. Du siehst hier kleine Hölzer. Die haben Indianer gesammelt und die haben es immer zu zweit hingelegt in die Wiese. Also einmal 2, nochmal 2 und nochmal 2. Ja und jetzt könnte man das mit einer guten alten Plusaufgabe rechnen. 2 plus 2 plus 2 ist gleich? Richtig, 6. Oder wir rechnen es eben als Malaufgabe. Wir haben doch 3 mal 2 Hölzer. 3 mal 2 ist gleich? Natürlich auch 6. Das ist also das gleiche wie bei der Plusaufgabe. Nächste Aufgabe. Du siehst hier Indianerzelte, also Tipis. 1 mal 3 Zellte, noch mal 3 Zellte, noch mal 3 Zellte, naja und noch mal 3. Auch das könnte man wieder als gute alte Plusaufgabe rechnen. Nämlich 3 plus 3 plus 3 plus 3 ist gleich. Wer schafft es? Richtig, 12. Ja, oder eben wieder als Malaufgabe. Wir sehen 1, 2, 3, 4 mal 3 Zellte. 4 mal 3 ist gleich? Ja, richtig, wieder 12. Muss ja das gleiche rauskommen. Und noch eine Aufgabe. Hm, hier sind immer 4 Zellte zusammengestellt. Nämlich 1 mal 4, 2 mal 4 und noch ein drittes mal 4. Ja, na, und das geht auch wieder mit Plusaufgabe. 4 plus diese 4 plus jene 4. 4 plus 4 plus 4 ist gleich? Richtig, 12. Oder eben wieder als Malaufgabe. 1 mal, 2 mal, 3 mal 4 Zellte. Ich sehe 3 mal 4 Zellte auf einem Haufen. 3 mal 4, das ist dann 12. Und noch eine letzte Aufgabe habe ich. Hier geht es also um Fische. Hier sind immer 5 Fische, die in einer kleinen Gruppe zusammenschwimmen. 1 mal 5, 2 mal 5, 3 mal 5 und noch ein viertes mal 5. Auch das geht natürlich wieder als Plusaufgabe. Wir haben 5 plus 5 plus 5 plus 5. Das gibt, ja, 20. Das geht jetzt natürlich wieder als Malaufgabe. Ich sehe 1 mal 5. Ich sehe noch mal 5 und noch mal 5 und noch mal 5. Ich sehe insgesamt also 4 mal 5 Fische. Und so heißt dann auch die Malaufgabe 4 mal 5. Und das Ergebnis ist wieder 20. Ja, und das ist also die neue Grundrechenart für heute. Wir rechnen Mal. Das heißt dann Mal nehmen. 4 mal 5% ùng da haben. 5% 25% 3% Da kann man aufancien.